hallo herzlich willkommen zu kann ich wahr sein monobor family master mit dem schlange dem niggels und dem krisinio wenn ihr noch wisst wer das ist ja wir spielen heute mal gemütliches vorpaar das heißt die gegner der krisinio ist ein aktiver youtuber aktiver das heißt die gegner irgendwelche requisiten wir müssen die abknallen jetzt in der ersten runde und jetzt erstmal bildschwarz so freunde der 1 möge der perch beginnen würde die geräusche ich auch gern hören ich nicht ich mag diese sirenen tröte nicht jetzt müssen wir gucken was hier was hier nicht hingehört die magen können auch palmen sein leute oder laternen alles klar laterne äh palme palme läuft palme läuft hier keine palme die läuft doch da schluckt denn der so viel da hinten läuft eine wand gleich auch aber trotzdem ich habe die wand jetzt die schießen wir waren pfiffen maus die maus getötet hier ist irgendwo ein pfeifen bei mir ich drehe mich mal ja bei mir ist halt auch ich höre haben wir noch was hier hier ist nix mehr hier war nur ein pfeifen einer lebt noch oder hat irgendwo habe ich sie gerade pfeifen gehört wo bist du bist immer noch hier ja bei mir ein krisinio was angehebte keine marka bekommen ja auch nicht wird gerade gelendet so verteilt euch mal hier in drei und glied freunde und die schießen jetzt die kasse 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 draußen dann geht es da hinten unter dem auto hinterm auto es ist ja da kommt die muss ja irgendwann muss jeder zahlen da muss man call kommen kasse ja mann ist die sauf ist die kasse das ist nicht auch noch ein anderen spielmodus wo die requisiten irgendwie rechnen hast du da was gesehen vorhin bitte was was bin ich denn hier soll glaube ich noch ein anderes spielmodus geben wo die requisiten irgendwie ja ich bin ne tonne es ist egal mal bist du die kasse mann ich uf2 80 dank für den ost wo gehen wir hin ja ich kann mich mal noch hier hoch lassen ich kann ja auch wechseln ok du kannst gleich mit drei kannst du wechseln aber vorher solltest du die immer einmal anflaschen und gucken hauen die automatisch schon ab weil viele gegner denken so ok alles klar ich verpiss mich da ist nix man kann auch nur sich gegrenzt ändern aha 3 mal in der tat und du kannst halt jedes mal auch beim nächsten mal eine palme werden ich mache mich mal auf hier hilfe scheiße ist hier neben mir ist was ich stelle ich hier zu den anderen fässern hier wo ich bin bin ich hier an und rück sperren und passende neigung bitte nicht fuck so ich gehe mal in den gegner spawn lächerlich und dann habe ich ihn hier neben mir ein auto dass ich will die kasse am auto ist natürlich sehr naheliegend naheliegend da musst du dann flashen ja ich hab ja geflasht aber da kam der andere ja ich bin das verpiss dich ja geil ja jetzt wird gepfiffen und beide weg ja was gut ist dass ich kommen die schon wieder das ja wobei ja einer wird jetzt kommt er bringt freunde mit und der die augen gehört wenn ich völlig blind ist hatte ich erst völlig natürlich jetzt gerade wechseln noch mal auf palme kommen noch wechsel ich gar nicht hier da kommt einer traut dem braten nicht so ganz oh einer hatte ich gehört er kommt jetzt bei dir glaube ich irgendwo in der haus als ob den keiner sieht da läuft mir fucking palme durchs haus das ist so als ich diese verfolgungsjagd läuft einfach rum abit zu schöner rumtrollen wechsel ja macht der musik ich habe es eben erst aktiviert dafür müsste ich den heute ich laufe jetzt und verpiss dich am na jetzt war den busch böses im busch bei mir auf jeden fall hier auf dem schalter auf in der mittel bei mir muss direkt neben sein ja soweit bin ich auch schon danke der reifen du bist so ein arschloch junge da kommt gerade bei mir das pfeifen und greifen habe ich mit absicht gemacht war der nirg ist der nirg ist niemand ich habe die geschichte war toll so gar nix war bei euch was bei mir irgendwo rechts von mir da wo ich jetzt hingucken ungefähr genau bei mir ist irgendwo was ja bei dir stange wasser ist auch die asine gibt es doch nicht wusste hier in dem container drin hat eine blenkgranate hier habe ich gerade geworfen wird geflasht die tonne die fucking tonne junge 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 sie schießt drauf noch einmal ja freunde easy win ja komm komm ist der krisinio wieder da gut er hat auch höchstens moralische unterstützung gegeben hast du nichts getötet ja ich habe einen ja ok vorbei sein ist alles ja richtig daumen hoch für den krisinio tschüss ha 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 ha